Ja erstmal warten bis der Raum gesucht wird, damit ich auf den Raum erstellen gehen kann, wow. Ich hab nie gespielt, ne? Das ist Zelda. Äh, man kommt hier hoch. Leute, man kann schießen. Hä, Leute? Es gibt verschiedene Links. Oh, guck mal ein Maschinengewehr. Dann will ich ein Maschinengewehr. Das ist das, 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 das. Das war mal so die Tat ist. Hä, was? Ey, ich werde verre... Nein, ich bin durchgefallen. Du brauchst keine Nutzer des Streams, die bringen nichts. Äh, Digga, streamen macht einfach Spaß, Digga. So, was heißt, es bringt nichts? So, Digga, wenn es keinen Spaß macht würde, willst du sowieso nicht machen. Aber ich hab ja auch schon früher gestreamt, ich hab auch, also, also, am Anfang, äh, vor paar Jahren, hab ich da auf meinem alten Kanal immer so YouTube Gaming wie das gemacht, dann hab ich halt immer wieder gestreamt alles sonst hat halt riesig Spaß gemacht. Du kannst ja auch weitergehen durch die Röhre. Da wird's noch spaßiger. Das ist verreckt. Oh mein Gott, Digga. Digga, was ist das? Ja, und durch die Röhre, dann weißt du, was da passiert. Das Ding ist halt, ich spiel's ja sowieso, und, äh, Guck mal, jetzt, allein dieses, diese Unterhaltung hier im Chat grad, auch wenn es nur du und, äh, jemand anderes ist halt, das, das bockt einfach so, Digga. Ah, ich bin da durchgefallen, ich kürze. So, das ist das Ding. So, das macht, das macht, das macht, das macht, ja, ich kann nicht reden. Äh, das macht halt einfach Bock. Du bist so ehrenlos. Wie ist das? Komm her! Nein! Ja! Ja, du bist so lustig. Du bist so lustig. Er hat, Fuckin zu bye bye bb. Ich hab da, er hat, er hat, er hat, Fakin gg schreiben. Er hat über bb geschrieben. Ah die Bombe! AAHHH AAAHHH Kannst du das noch mit Edge machen? Ja, kann man. Ich glaub schon, das ist ein Jänke. Bombe. Einfach Bombe. ich werde auch snipen von hier das ist ein bomb auf ihn dürfen nein du hast mir glaube ich bin der verrechte warte da warte da ich komme zu dir genau hatte ich hier und da kannst du machen du hast mich komplett verrägt nicht und nachher lassen bleibt auch nicht ich kann hier von hier seiten ja überhaupt sind bogen nein digga hat aber keinem den sniper move digga verrecken wieviel leben hat er denn keine ahnung endlich danke mein schlüssel ist dich wie ich dachte jetzt wieder mit dem boson zu digga schnell renn vor die nein noch ein boson oh ne digga im feuer drin sparen wir noch dinger ich bin ja durch das ist ja durch ok sparen wir noch welche meins nein hu digga yei rein da bam bam zack zack yei hu yei hu hab schon gesprungen ich wollte trennen aaah ah ah oh mein kass überleb überleb ich fühl sie krass ich fühl sie krass ja war so krass digga nein der kommt doch nicht 12 sekunden easy 4 3 2 komm ich hab ihn noch gleich wir geschafft digga speedrun easy lass dich hoch komm hoch ab ich hab ihn noch kommen mal mo ich hab ihn noch probieren ab ich hab ihn noch probieren alles hat eine mauer gesetzt oder ah warte er ist so ein schlechter spieler Guck mal! Besonderes Ding ist Trifoss. Und hier ist die Ziellinie! Was ein schlechter Spiel, das ist... Quasi ein Ding, es funktioniert doch nicht am Ende, dass man da rauf fällt und dann... Das Trifoss ist auch echt... Er ist mal ein schlechter Spieler, der das gemacht hat. Den ist einfach so scheiße gewesen. Weil ich hab noch nie... Digga, ich hab ja noch nie einen kurzen Level bekommen, ne? Bei diesem Multiplayer. Mario Make-up ist gar nicht mal so schwer. Mario Make-up ist auch nicht normal. Nein, Mario Make-up ist gar nicht mal so schwer. Auslecht, bisschen weniger. Malario. Wie hab ich schon gegessen? Lass mich raus! Alter, wie schnell ist Yoshi? Er hat mich gegessen! Ja, ich bin reingekommen! Du hast einfach einen Schub bekommen! Ich weiß! Er hat mich gegessen, dieser Sikerem! Geil, ich bin erst am Anfang! Er ist aber auch sponken, hä? Ne, ich bin gerade nicht im Zeichen. Keine neue Nachricht. O6 Zuschauer. Irgendjemand Neues muss gekommen sein. Aber keiner schreibt auf jeden Fall. Das sind einfach 80 Zweiterkons. Ja, du hast nicht gehört haben! Wer hat den Schaden? Boah! Ey, Mann, den Yoshi geht's gar nicht. Gott, ich bin die erste noch klein, die sind alle ekelhafte Leute! Nein, Liga, nicht dasselbe! Dasselbe! Oh mein Gott, stop it! Ich bin so unterliegt! Du bist ein ekelhafter Typ, Berke! Berke, du bist so ekelhaft! Ich, guck mal, ich hatte den ersten Schüssel, ne? Dann hat Berke mit denen geklaut, dann hat Abdul den Berke geklaut und jetzt hat einfach Abdul random die letzte Schüssel bekommen. Ist eh miteinander so juckt. Ehre gespendet! Ehre gewendet! Ja, genau, okay! Ehre an den Keks gehängt! Ihr seid so los! Kack, kack, aufgegessen! Aufgegessen! Oh, eigentlich die Schlesse! Deine Mom, die geht los ab! Er hat so aufgestaubt, ne? Er hat so aufgestaubt, ne? Du hast auch nur mir wegen Ketten bringen, Ramzioshi! Ich bin wie bei Wotterland, wenn wir sowieso so tun als auf mir! Weil wir bei einem da spawnen können! Damit wir uns gegenseitig abfangen! Wir müssen jetzt die Bomben nehmen! Oh, der hat jetzt geht! Wer hat doch nicht einen, wenn der schnell ist, Blanke! Du bist so ein Retard! Was machst du da, Berke? Abdel hat die Bombe aktiviert! Abdel aktiviert und aktiviert auch den Kanal. Oh, Abdel! Oh, hälst du die Bombe nicht! Das ist alles kaputt! Ich bin zu viel Oedi! Mann, ich bin Valarie, also lass mich in Ordnung! Lass uns Abdel bannen einfach! Ich bin nur, ich bin nur Wohner, Corona! Nein, der hat! Oh, Berke, das geht! Ich hab ihn nicht haben! Ich hab ihn nicht haben! Lass mich durch, ich hab ne Bombe! Bombe! Ah, ich hab mich kaputt! Nein, doch nicht! Du wild! Ah! Okay! Abdel, hier bist ich! Zu wild! Ah! Nein! Er macht nicht um! Nein, ich bin gestorben! Nein! Ich bin gestorben! Berke! Abdel! Nein! Was machst du, Digga? Nein! Die Legende ist on the way! Ich hab mit Abdel weg! Abdel kommt sogar zur Tobe durch, Digga! Die war mit dem Weg! Ist ja auch so ne riesige Mauer da durch! Wegen Abdel, wer so ein Zekehremes! Schieb dich ein, Dack! Nein! Dack, wegen dir ist er umgedreht! Du bist so ein Wunder! Nein, er ist wegen dir umgedreht, weil du verreckt bist, weil du schlecht bist! Wir sind alle gestorben! Ja, Mann, Abdel, Digga! Aber ich hab Checkpoint! Ja, dann warte da! Warte da am Checkpoint! Abdel! Habt du? Was? Habt du? Aufgeschwungen, dieser Zekehrem! Mann, Berke! Wer ist mal bei dir? Nein! Da ist so ein riesen Mountie Mauerwurf, der einfach zu mir gekommen ist! Die Legende, Abdel ist on the way! Dein Internet ist on the way, Digga! Oder auch nicht? Abdel! Der hat sich noch nicht mehr treffen können! Oh! Der Skidjab! Du musst ja eh nochmal spielen! Digga, das Skidjab, Digga! Du musst ja eh nochmal spielen! Ja, schaffst! Ich hab' nen Helm! Ja? Nee, hab' ich nicht! Der kann nicht auch in den Helm rein! Nein! Ich hab' ich auch in den Sprung! Was? Der hat einfach ne Kugel in den Luft! Du Mutschuh! Abdel, komm' ich mich so an! Digga! Wer ist das? Was? Komm' weg! Er hat mich umgedreht! Wo ist die Mann, Luigi? Wo ist die Mann, eh? Oh mein Gott, ich hab' auch gesagt... Nein, 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 nein! So'n Scheissspiel, so'n Scheissspiel, so'n Scheissspiel! Haha! Es ist meine da runtergedriftet! Zehn vor Zehn! Warte mal, warte mal, warte mal! Warte mal da! Hey! Ich leb' noch, hä? Was? Oh, der Skidjab! Digga, was war das? Ich bin direkt in die Monty reingelaufen! Hast du schon eine Bombe gemacht? Nein! Digga, irgend so'n Monty-Wolf hat aus drei Kilometern den Straubenzieher geworfen und ich bin genau in ihn reingelaufen! Weil ich ihn nicht gesehen hab! Bis durch, bis durch, bis durch! Bis durch doch, Werke! Usa! Werke, du sagst fast! Warte, Erik! Wo geht's? Er bringt mich wieder um! Er ist so'n ekelhafter Mörder, dieser Toad! Guck ihn dir an! Guck ihn dir an! Guck ihn dir an! Du hast auf mich rausgesprungen! Nein! Ich war nicht mal auf dir, Digga! Du bist in so'n Dings reingelaufen! Nein! Du hast auf mir! Und du hast mich dann gegen das Ding gebanzt! Nein! Eben nicht, Digga! Doch, hast du! Genau! Doch, hast du! Ich hab im Streamverweis! Ich hab im Streamverweis! Oh! Oh! Ich bin durch die... Okay, es ist ein Ratsch, aber wir können...